Bezahlbare Wohnungen in den gängigen Vierteln gesucht Nach der Renovierung werden die Preise kaum merklich steigen Was für eine Immobilienblase Die Mehrheit will das so Das, was da an meinen Schuhen klebt, ist möglicherweise zur Abwechslung mal kein Hundescheißen Der Typ schnappt sich doch jetzt nicht den Parkplatz, vor dem ich hier blinkend stehe, oder? Ich könnte zu Fuß gehen, aber warum sollte ich? Wir fahren überall Taxis und Besoffene Alle fünf Minuten kommt eine Bahn Das Gesicht dort kenne ich und der Name fällt mir bestimmt auch gleich noch an Kein Punk ist in der Lage, seinen Deckel zu bezahlen Wenn alles schief geht, machen wir eben ein Benefiz Die Szene finanziert sich überwiegend aus sich selbst heraus Wir strangen alle an einem Zerr Ich habe die Blips, wer die Blips hat, wird wär schwer Ich, sie oder er Die Krähen, Bäumen auf den Hockern Das Licht wiegt Tonne Nur im Nebel Messer strahlen Licht wie scharf Töten 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 Nicht der, nicht die, nicht ich Ich kann es sehen in der Ferne, in der Ferne Ich habe keine Vision Und man hat das Glas zwischen mir und einem Ziel Ein mögliches Ziel Wer hat mir das Wort genommen und wem gehört sie jetzt? Die Utopie Halt mich nicht auf, aber halte mich Halte mich In der Stadt, Illuzione 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 Untertitelung des ZDF, 2020